Ich bin neulich frühmorgens losgezogen, um einen meiner Rothirsch-Spots zu besuchen. Ich hab mich im Unterholz versteckt und gewartet, bis die Herde zum Fressen kommt. Gegen 9 Uhr hörte ich flussaufwärts ein Geräusch und es waren gleich zwei wirklich schöne Rothirsche dabei. Beide waren ausgewachsen, hatten vier Sterne und werden bald von selbst verendet. Ich hab mich etwas besser positioniert und gehofft, dass sich die Möglichkeit für einen Abschluss ergibt. Ich hab mich für den größeren der beiden entschieden, doch der stand etwas hinter dem Baum verdeckt. Schritt für Schritt kam er nach vorne und ich musste jetzt nur noch geduldig sein. Ich hab das kurze Zeitfenster ausgenutzt und ihn getroffen. Ich war jetzt extrem auf die Genetik des Hirsches gespannt. Der Anschuss sah gut aus und der Hirsch lag nicht weit davon entfernt. Und er war wirklich eindrucksvoll. Ich hab ihn aufgehoben und gesehen, dass der Schuss sauber war. Und auch die Genetik war genau passend für den Abschuss.